Was ist das Heidelberg-Institut für Geo-Information-Technologie, das heißt, wir beschäftigen uns mit Geoinformationstechnologie und Geodaten, die wir für die Gesellschaft in Wert setzen wollen und zur Verfügung stellen wollen. Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf von freiwilligen Nutzern hergestellte Daten, insbesondere OpenStreetMap, also eine wichtige Plattform davon, aber kombinieren das eben auch mit anderen Daten wie aus der Fernerkundung, um zum Beispiel über künstliche Intelligenz bessere Daten zur Verfügung zu stellen. Und für was braucht man diese Daten? Man braucht sie zum Beispiel in der humanitären Hilfe, in der Fragestellung, wie gut ist meine Stadt für den Klimawandel ausgerichtet, bei der Stadtplanung und viele andere Zwecke. Und das sind so die Schwerpunktthemen, mit denen wir uns da beschäftigen. Da gehören auch Fragen der Mobilität dazu, dazu gehörende Fragen dazu, wie gut sind solche von freiwilligen hergestellten Daten überhaupt. Und all das behandeln wir in HIGIT. HIGIT ist an der Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung. Also wir sind quasi kein reines Grundlagenforschungsinstitut. Ich bin zwar auch Professor an der Universität und wir arbeiten sehr eng da zusammen, aber wir wollen die Erkenntnisse überführen in die Praxis, zum Beispiel in die humanitäre Hilfe. Und quasi im Gegensatz zu klassischen Technologietransferunternehmen, die ja oft eine Gewinnerzielungsabsicht haben, möchten wir eben gemeinnützig wirken, indem wir diese Daten zur Verfügung stellen für humanitäre Zwecke, für Klimawandelmaßnahmen unterstützen und ähnliche Fragestellungen, wo eben keine wirtschaftlichen Hintergründe da sind. Da sind wir natürlich der Klaus-Jirr-Stiftung sehr dankbar, dass sie uns das ermöglicht, um quasi wirklich diese gesellschaftlichen Nutzen von Geoinformation in den Vordergrund zu stellen. Ich bin auf alle meine Projekte natürlich stolz. Wir haben ganz tolle Ergebnisse, aber das Wichtige ist einfach, dass wir da eng mit den Anwendern zusammenarbeiten und das Ergebnis tatsächlich einen Nutzen in der Praxis bringen. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel stark mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen, die dann vor allem internationale humanitäre Hilfe machen. Und wenn wir dann sehen, dass die Daten tatsächlich eingesetzt worden sind und quasi zu einer Verbesserung geführt haben, das freut natürlich besonders. Das langfristige Ziel generell ist, nutzbare, actionable Daten für die humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. Und humanitäre Hilfe ist natürlich auch stark getrieben von Katastrophen, die zum Beispiel durch den Klimawandel verursacht werden. Und dieses ganze Thema, wie können wir quasi noch etwas gegen den Klimawandel tun, ist auch Inhalt einer neuen Projektförderung, die wir angehen. Und die sagen, langfristig helfen soll, besser zu verstehen, wie gut eine Region, ein Stadtteil auf den Klimawandel vorbereitet ist, um dann entsprechende Maßnahmen zu ermöglichen. Und so dann vielleicht tatsächlich noch einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, den Klimawandel nicht ganz so schlimm sich entwickeln zu lassen.